herzlich willkommen das ist eine video antwort für billets layers und zwar mein video gespielt meine ich und ich möchte euch mal zeigen wie ich mir gedenke dass es einfach zu schaffen ist und ich fange einfach mal an das zu spielen so das ist mein level und ja hier einfach mal anheben dann über das ding hier rüber springen jetzt die falle schon mal außer gefecht hier einfach drüber springen ich hatte auch erst vor gehabt da unten ein token reinzusetzen was man einsammeln muss damit man ja das level halt mit allen tokens besteht ach verdammte kacke das ist die einzige stelle die wirklich ein bisschen schwer ist hier sind halt viele vertäuschungs versuche drin am anfang so einfach rüber hüpfen hier auch rein hüpfen einfach mal rüber fliegen nein 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 oh mein gott wie ich fehle mein schweiß video hier es gibt sogar nicht schaffe ich mein eigenes level schon nicht mehr auf jeden fall da am anfang einfach rüber springen eigentlich brauche ich hier nur ein paar mal springen das level schon durch müsste mich entschuldigen ist aber auch mein erstes level hier was ich überhaupt mal versucht habe, zu gestalten. Ich habe mich einfach mal probiert, was ich so schaffe. Ich habe selber nicht gedacht, dass ich so viel dann doch hinkriege. Hier in dem Aufzug, da sollte ich vielleicht auch mal Nummern an den Seiten machen, weil man weiß, dass es überhaupt weitergeht, weil es sieht so aus, es wird irgendwie stecken bleiben. Da sieht man jetzt, dass es wirklich nach oben geht, aber naja. So, dann fährt man einfach hier raus und hat das Level geschafft. Ja, gut, war jetzt nicht so schwer. Ich denke mal, ich werde das noch ausbauen und dann kommt eine bessere Version heraus. Gut, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.